Hallöchen! Ich wollte euch mal zeigen, wie ich heute meine Kontaktlinsen wechsle und wie ich dabei Kontaktlinsenlösung spare. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Hack, weil das ist jetzt nicht ganz so optimal von der Hygiene her. Da muss man halt so ein bisschen schauen. Wenn man jetzt empfindliche Augen hat, dann sollte man das wahrscheinlich eher nicht so machen. Aber ich habe das jahrelang jetzt so gemacht, so in dieser Art und Weise so ähnlich und ich habe da jetzt eigentlich gar keine Probleme mit. Also das ist halt mit Vorsicht zu genießen und muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie weit er da jetzt sparsam ist mit der Kontaktlinsenflüssigkeit.